Hallo meine lieben Abonnenten! Willkommen zurück zu einer neuen Runde Counter-Strike GO! Wieder mit denselben Leuten Kaldris, Golden Tee, Alka, Truss und Yannick. Und jetzt versuchen wir zu Null zu verlieren, Yaaay! Ja, diese... heute läuft das nicht. Eigentlich müssen wir nur mit 4 Mann spielen, in der Hoffnung, dass wir mal noch die Bugs-Murfer kriegen. Jetzt gewinnen wir mal vor euch ein Spiel. Alter, okay, ich spiele AWP. Au, au, au! Okay. Wer smoked denn da? Ohhhh! Alter, du Affe! Oh, lol! Da stehst du auch auf oben in der Smoke! Hahaha! Oh mein Gott! Okay. B-Wash, oder? So, der eine hat 86 Stunden. Ja, kann man machen. Sicher, B-Wash! Guck dir aber was ich vorher an, du Affe! B-Wash! 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 Ich war auch gerade am Nachladen, als er eingesprungen ist. Ich hab ihn gesehen, alle drei rennen um die Bombe rum. Keine Affinity. Geh weg da! Explodiert! Ja. Heute ist nicht unser Tag, ey. Erste Runde, entspann. So, du kannst in diesem Moment nutzen, MPB, oder was? Wir drei stehen gut. Und ich knall sie alle weg, warte. Lass mich vor, Fliesi, ich mach das. Einzige, was du wegknallst, ist deine eigene Mama. Einzige, was du wegknallst, ist deine eigene Mama. Einzige, was du wegknallst, ist deine eigene Mama. Du bist immer so anstrengend, deshalb kann ich das nur einmal die Woche. Weil durch die Fleischmassen musst du erst mal kämpfen. Ja! Der hat Janik durch mich ein Headdy gegeben. Ne, kann nicht sein, ich war vorher tot. Wodurch hat er dich denn gewollbankt? Weiß ich nicht. Mitte kommt. Nice. Leut! Ach, oben! Ich hab's gesehen. Boah. Super. Das steht jetzt Mitte. Klatschok-Kick. Bombe down, B, Cutters. Du, ich hab da noch so ein paar geile, äh... Set-Track, MP... ...McTenden-Skins. Ja, hab ich auch. Tausche gegen deine AK Redline. Jetzt machen wir noch ne Eko und den hab ich AWP und den ist vorbei. 16 und zwei, überhaupt schon getrocknet, ey. Wir chillen mal, ich glaub die kommen relativ schnell gerusht. Ja, B kam schnell vor. Kurz kommt, scheint auch vorzukommen. Der hat ja auch zwei Leute gekillt, der konnte auch alles egal sein. Bin leider auch genau in die Flash reingelaufen. Mitte steht. Hier kommt was, Lang kommt schon. Pass mal vom B auf. Nicht rumsteppen, Halka. Nicht steppen. Lang geht zurück. Jetzt. Lang läuft auf jeden Fall immer noch rum. Könnte hier rechts neben lang sein, wahrscheinlich. Scout ist Mitte. Ach, scheiße, ich hab die Bombe, äh... Leg die hier ab. Game Sound, Lothar, mach ich euch kaum was. Ja, müsste ich eigentlich auch. Am blauen Container bei Lang. Sonne kommt. Sonne geht Mitte. Christian, lass die pushen. Drei, zwei, go. Achso, lad, erst nach, lad, erst nach. Ah, ne, ich musste. Scheiße. Er steht da immer noch, hat aber Hit gekriegt. Tonne kommt. 85 in 1. Bombe down, bitte. Ah. 85 hast du den gegeben? Hm. Ich hab den 14 gegeben mit 1 HP. Oh, nein. Lang hat 1 HP, Alter. Das safe kill. Da hab ich wohl davor schon noch einen anderen gekillt hat. Ja, dazu wollte ich. LOL. Also, das war nicht sehr mit 1 HP. Nee, der ist da hinter. Ich hab AWP. Mach nur fest Pick-Up. Nee, okay. Tja, haben wir doch gewartet, die Jungs. Mach mal meine Leute-Taktik. Ja, mach mal. Wollt ihr doch einmal Richtung A, oder? Ja, 3 B. Das muss man auch stellen. 3 B oder einer Mitte. Aber in der Mitte fällst du auf jeden Fall nicht nach oben. Einer ist irgendwo auf Pit Seite. Wer ist das da, in der Mitte? Links ist einer. Mitte? Ja, hab ich angehittet. Fisi, du hast die Bombe, ne? Du bist ja ganz schön gefährlich unterwegs. Janik, lass mich gucken. Nicht steppen Fisi. Ich guck mal. Oh, oh lol. Mitte ist noch einer. Christian, komm mal zurück. Roter, blauer Container down. Komm, go. Christian, komm. Bitte war einer. Könnte CT sein jetzt. Smoke, CT. Der soll dagegen werfen. Einer soll von hinten aufpassen mit dem Land. Ich seh nichts, hab nur so geschossen. Grenade. Oh, Smoke die Kacke übrigens. Ja. Nein! 82! Hör mal vor mir weiit. Ach, ich konnte nicht durch die Durchschießen. Weiß ich nicht. Vielleicht ich, keine Ahnung. Ich war hinter dir. Nochmal zum Mitschreiben. Einer hat jetzt gerade drei Leute gekriegt. Ich hab's richtig. Ja, ich hab's richtig gesagt. Ich hab zwei Leute gekriegt. Let's go! Ich hab einen auf 82 runtergeschossen. Dann stand einer vor mir. Das kann nicht gewesen sein. Mitte steht Awe, glaub ich. Oh, f*** dich, du Lotte. Komm her. Ja, Mitte steht Awe. Jupp. Weg, 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 Janik. Nee, komm, weg, nee, komm. Braust du ja nicht. Okay, schlang ist nur einer. Sonst wär dir nicht gekommen. B ist zugesmoked. Ich komm wieder zurück. Der könnte auf der linken Seite von der Tür sein, Janik. Ja, da werden die jetzt verschieben. Boah, kalt. Lang kommt vor, lang kommt vor. Oh, Awe steht da immer noch. Flaschbank. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Pass auf. Tunnel ist einer. Ey, der drückt 48 in zwei. Ich bin ein Heller, alter. Ja, ne, der Standlauer kommt hoch, glaub ich. Hang down. Jetzt ist auch noch einer. Oh, der Idiot, ey. Okay. Ich versuche mir zwei A durchzukommen. Ich versuche mir zwei A durchzukommen. Ja, wurde da gelaufen. Okay, gelassen jetzt. Einer Tunnel, einer Mitte. Ja, das sehen wir auch noch drei. Und ich hab... Jut, nice. Tunnel ist meiner. Leute, ich höre die Schüsse nicht mal. Was denn das so? Mitte, Mitte ist einer. Eine so eine CT-Rampe. Okay, gut. Kann nur einer Mitte, einer, äh... ne, weißt schon. Eine CT-Rampe M4, Alka. Fick ich jetzt, pass auf. Du willst... Du hoch. Noch 20 Sekunden. Flash, wegdrehen. Pace sie nicht. Äh... Ach, safe, safe. 9 HP. Boah. Das gibt's doch nicht. Hä, wo war denn der da? Halt, keiner kauft. Physi... Alka kommt in der AK. HWP, HWP, HWP. Auf den AK. Ich hab nicht mehr Rüstung. Hm. Ich auch nicht. Wir no, no, no Rüst Buddies. Wart auf die Nate, wart auf die Nate, wart auf die Nate. Ich hab keinen Laufen sehen. Also, es kann auch zu spät gewesen sein, aber... Hinter, hinter der Dings ist noch einer. Haben gerade gesehen Verschieben schon, einer ist City gesprungen Lass zurückziehen, lass zurückziehen Einer hat schon vom B verschoben Schnell machen Alan, komm Risiko, Risiko Los, komm Autos nix CT, unten steht einer Kurz kommt auch, Alter Wie konnte ich da daneben schießen? Der stinkt Bente Alka, komm, B Alka, kann da nicht weg Oh, fuck Links immer noch Christian, guck, du Tunnel Ich hab hier Mitte Einer kommt auf jeden Fall von Tunnel aus Einer müsste AWP gepickt haben Jetzt kommt einer Mitte Reiner, Reiner Das ist gut, Christian, full life Noch Funnel Nice Deiner kommt, Christian, steht death Kommt Window, ich lad nach Jetzt kann ich wieder Geh weg, geh weg das ist egal, ich sterbe ihn, Mann! Bisi, guck die Bombe an, guck die Bombe an, du lebst, guck die Bombe an! Nicht trotzdem! Da ist einer, da ist einer! Oh fuck! Ich konnte dir früher sagen, Alka! Ich hab nur gesagt, da ist einer, geht nicht rum! Ja, das war aber schon 20 Minuten! Ich hoffe, du hast mir grad nicht umgeguckt, Arne! Doch! Wie hast du gesehen, der ist zu schnell kurz stehen geblieben, der Asi! Let's go, let's go! Da hab ich nicht drauf geachtet! Einer B, zwei B, keiner Mitte! Bitte derjenige, der tot ist, nicht weg! Oh, nein, zu lang! Wo? Ja, linke Seite! Dann ist nur einer B! Verschieb schon mal Richtung B! Ich seh nicht mehr Mitte! Oh, dass das jetzt da keiner ist! Versucht hier Mitte zu kriegen! Geht ihr B-Cutters unten? Die Mitte ist, glaub ich, weg! Nade im Tunnel reingeflogen! Also einer ist definitiv auf B! Mitte ist weg! Ja, zwei B! Dann wird wahrscheinlich AWP auf B sein! Sorry! Ah, äh, Christian lass mich gucken! Ja, ja! Geh hier noch nicht weiter! Ich seh nichts! Müssten uns, oder wir machen Mitte B-Push! Hau mal ne Smoke? Warte, warte! Janik, warte! Wir müssen jetzt alle Mitte raus! Kurz! 59 hab ich ihn gegeben mit zwei Treffen, er kommt vor! Guck mal, ich geh! Ich geb dir die Bombe! Oh, von B! Einer steht Fenster! Fenster? Ne! Ne! Ach, Mann! Alter, wie drücken! Ja, Fick dich! Two on two! Oh! Catwalk! 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 Weck da, Alter! Let's continue! Oh, CT! Beide CT! Beide Mitte! Beide sind Mitte! Komm bei dir! Janik! Die können nix, Alter! Ja, bis hier so eine, die ist der JK! Das ist doch so brechig! Aber, Janik, mal ganz ehrlich! Ich! Ne? Weckste selber, oder? Ach so! Warum passiert's? Ich hab's gar nicht mitgekriegt! Na, drück mal zapp! Go, go, go! Guck mich doch an! Ja, bei dir ist das nicht so schlimm! Kann man das gar nicht mal passieren, oder? Janik, der eigentlich so gut ist wie ich, da kann man ruhig mal ein bisschen mehr erwarten! Weckste sehe ich nix! Ohlalalo! Window! Lang stepped! City? Pass City auf... Passt CT auf... Weißen Mitte! Auuu! AWP auf jeden Fall! Ja, auf A drauf! Was hat das mit dem Pistolen? Zwei sind Mitte, die gucken mich an, Alter! Die gucken mich an, Alter! Lang down! Die gucken mich an, Alter! AWP ist on spot man, pass auf Ich geh nicht lang Ich bin auf 30 Einer verschiebt wieder GG kalteres, geh auf kurz, lass uns voll GB GB Einer ist grad wieder A gegangen Muss hier durch! Einer geht lang Mit hat 65 bekommen Tino, pass mal hinter dir auf Guck lang NEIN! Er stand doch in der Ecke Scheiße AWP guckt mich an Ah, lang kam jetzt Ich weiß nicht, wo er hingekriegt Ach, meine ich hat zu wenig AP Bis oben Palme jetzt hat 50 AP Was ne? B90, ne? Ah, schüttere weiter Der hat noch 5 Hätt's auch Pistol nehmen können Ja, der im Tunnel hat mich abgelenkt Oh, B waschen Ach, ja Boah, sind wir scheiße Yannick, mach ich damit Danke Ja du, Alter, was ist denn los? 008 Sie verarschen Null Punkte Ich bin ein Spätzünder Ja, da kannst du jetzt zünden I hope so Oh, lol Nein In die Awe reingelaufen Nein Ich häng mit der Maus fest Tür, Tür Immer noch Tür Ah Tür Ey, der Typ ist nicht normal Oh Deine Runde, Alka Wer kommt Es leben noch 2 Einer ist Weg, guck Hüpfen Nachland Was wechseln Nein Ah, fuck Du Sau, ey Warum kriegen wir so welche Hurensöhne? Wo hast du denn den Kill jetzt her, Yannick? Du musst sie doch in ne Tür killen Du kannst doch nicht Kannst doch nicht wegdrehen Mann Du musst aufpassen, wer stirbt und wer nicht Hört auf diese scheiß Bombe mal wegzuschmeißen, Mann Wenn ihr drauf seid, dann leg die Kacke Der ist Bombeleger, ist doch gestorben Ne, der Bombe, die Bombe hat's hast du weg, die Schmisskanule und dann bist du gestorben an den Türen Ich hatte die Bombe gar nicht Er ist gestorben mit der Bombe oder wer auch immer Ich habe die Auf, weiß ich nicht, ob die Hunde abgeliefert Ob ich vor mir gestorben Scheiße, ich hab keines Flippen Nägel Ähh, Mitte ist AWP Oh, der ist weg Nice Uh, AWP lang das kann doch gar nicht so lang ist ABP und B ist Negev er geht mal A würde ich sagen lass ihn lang gehen Negev A und B ist voll komm 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 der ist schon da der ist schon auf B LOL Danke Juhu sehr gut Jannik sehr gut hast dein Kill gemacht Spät's denn da Ja aber viel zu spät er wird so alle Runden holen dann geht's ihm leicht noch er hatte die Awe wer war das ich hab die Awe nein nein der geht dazu weiß ich nicht guck auf die Awe ich glaub der Jacky wie welche Awe hast du da bei B keiner Mitte also nur zwei Richtung B gelaufen Golden Ja von wem ist die Awe guck mal ob wir zu schnell Max Power aber ich hab schon ordentlich wie geben 86 Alter A lang down ja dann go lang ich hab A noch Pit 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 holt ihn euch ich muss da rein in Pit 33 oh er holt noch Algar nimmst du bitte eine AK auf die hier nicht danke 3 gegen 3 Nimm die Bombe soll ich sehen doch der hat so einen Lack gehabt ey bei mir läuft heute glaub ich nix mehr nice ah warte mal gucken 1 A lang Bommelang Bommelang letzter lang letzter lang Janik komm zurück komm zurück ich flasche voll weg flasche toll dann warte jetzt er kommt Fick ihn ah schade ah lol du war schon tot halbe Sekunde er hat trotzdem gut gemacht er hat nämlich voll damit gerechnet dass du lange abbauen bist zeigt sich das wahre Gesicht von den Spastis wie die nix können oh gleich kriegen sie richtig Angst Freezy macht dir zwei Kills alter dann wissen sie wir treffen alle und dann ist es Ende keine 頭 oh hop langsam lang lang aber in j衣 Fang ich Oh nice! Juhu! Der ist ja nervös! Das Friesi hat einen rausgeholt. Du hast nämlich gesagt, wir müssen da hinschießen. Da gebe ich einen vollen Lauf, Alter, einen Header. Ja, sagen wir. Ich hab den gerade dreimal mit AFP nicht getroffen und gib ihm dann zwei Headys mit der Glob. Einer will! Einer bitte! Nein, ich war gerade beim Nachladen. Shit, ich hätte nicht auf dem springenden Schießen sollen. Bei Lang einer Pit, der einer hat heftig bekommen. Ja, Janik, das haben wir gesehen. Einer müsste theoretisch bei Lang low sein. Mitte steht Aave. Den hast du, Janik, den hast du. Hast du nicht, Janik. In Richtung kurz. Kommt mal B. Hast du ihn getroffen? Ja, 64. Wo war der, Janik? Mitte, linke Seite. Guck mal, ob ich ihn kriege. Rechte Seite. Okay. Na, du kannst aber jetzt, musst du nicht mehr da sein. Ja, jetzt haben wir nicht. What the fuck, ich war doch drauf, Alter. Wir haben drei Zuschauer. I'm following a flashback. I'm following a flashback. WTF? fuck ja lauf mal runter ich gehe richtung b java ist wieder unter mitte gelaufen oder soll er safe ich bin auf b drauf nein wo war der denn aber habe ich nicht gesehen ich habe doch hochgeguckt hinter dir in der ecke ah fuck jetzt könnt ihr safe ich habe vorhin aber auch mehrmals gefragt ob nicht nur einer b kommen kann doch hallo bowser das ist die eine unserer zuschauer gerade als das video im nachhinein gucken solltest und noch einer hier bowser guckt zu brauchst du eine waffe woher weißt du das jetzt hat er wieder ausgemacht watching dings wenn du shift und tab drückst du siehst du ja sie haben vier freunde hä hab ich nicht mitgekriegt entschuldigung durchs gelaber grad wenn du tab drückst shift und tab dann siehst du ja sie haben so und so viele freunde auf dem server das gibt es nicht mit durch die wand so schlecht ja fünf freunde ich glaube bestimmt einer die awp holen oder ich werde übrigens zu minecraft nur mal so was was ich hasse das versuche mal mit zu holen oh ho oh gott wie ne tote katze oh mitte tot noch einer mitte ja ja au in fuß hirnjungs kommt noch 35 er teilt euch nicht auf die leber kurz einer ist einer ist auf wege gerannt einer CT ich bin ja es sei kein Okay 20 Sekunden wo ist der Alter na wo ist der da ist der Plänzern du musst aufs Wort gehen Alka vielleicht ist er lang Mitte die erste mann wir dürfen nicht reden wenn ihr so kurz gegangen wo ist er hingegangen Prozent mitte hoch keine Ahnung kurz oder lang ein von mir nicht da er ist hoch zurück Richtung kurz gegangen ja da ist er der ist schon durch oh nein ach wie kacke hätte ich sehen müssen beim zweiten Schuss der da so beschissen in die Dings reingeflogen ist das stimmt da hast du es doch gesehen offensichtlich ja aber schneller registrieren ja deshalb bist du gestorben weil du hochgegangen bist du dir in den Ritzung gestorben ja ich wollte CT bleiben weil ich wusste dass der B ist du musstest bloß hochgehen damit er nicht von allem getötet wurde du musstest bloß hochgehen damit er nicht von allem getötet wurde oh die pushen jetzt bestimmt bin geflasht mann das gibt's nicht hinter der Tür der ist getroffen das gibt es nicht zwei oh fuck ja alles zu spät bitte slow Alka ich hab der zweite kam auch erst als ich tot war Alang einer von mir hat 78 gekriegt Bombe einer war beim blauen Container ohne ja heute Na gut, das war aber wahrscheinlich echt Pech. BOOM! Notte! Einer ist kurz, Christian. Genau, der ist. Der ist low. Er steht weg, Mitte! Mitte! Nein! 15 Sekunden. Ihr müsst pushen oder safen. Christian, jetzt! Nein! Sieht mich immer noch! Smoke ist alles auf die Gang. Nice! Letzte Mitte! Ich muss sie pushen, Fisi! Versuch, schieß durch die Smoke! Ah, fuck, klar. Egal. Smoke scheiße geworfen. Verstehe ich, wo der Spaß dran ist, zu smurren? Geist. Alter, die Fresse, du Backe! Ich weiß nicht, wir müssen uns für sowas eindeutig besser einspielen. Ich muss auch noch viel besser werden und ich glaube, dann würden wir so einiges zerficken. Das heißt besser, vielleicht konstanter. Ich bitte. Freut mich, Fisi, dass du in der letzten... Einen Kill noch geholt hast. Einen Kill noch geholt hast. Einen Kill noch geholt hast. Wer geht wohin? Ich habe es nicht zugehört. Ich gehe. Ja, zwei B. Ich gehe B. Ich gehe auch B. Ich bin der Herfer. Schon zu spät dran. Alter, sag's da! Nein, ich komme drauf! Kurz, 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 alle fünf kurz, alle fünf kurz. Oh, das war böse. Die kommen auch kurz. Ja, gut. Ja, 68. Der ist nicht. Komm Christian, ruhig von der Seite. Lang war der letzte. Lang war der letzte. Er ist hinter der Box. Nein, ist auch nicht los. Er plantet. Du hast doch 13 Schuss. Geh links wieder die Ecke. Ah, Tino, lass mich einfach machen. Okay. Ja, du redest immer. Ich habe hier schon mal zwei Kills. Bam. Das ist aber nicht. Das ist nicht gut. Bisschen. Wenn du da von der Seite kommst. Auf diesen JK kriegt wirklich keiner was von denen geregelt. Ich bin ein bisschen frustrierend. Ich mache mir auch nichts mehr auf Account, ey. Hau ich auch mal ein paar an, wenn ich die Huren so hin und macht mir auch Spaß. B, glaube ich. B, 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 B. Ja, ist klar. Einer ist doch Katast... Ja, okay. Ja, es muckt mich weg. Eine... Cool. Ich bleib hier stehen. Neck mich doch am Arsch. Noch eine Smoke, cool. Halt! Ich bleib hin! Geh die Shell Smoke weg! Ja, wir müssen eigentlich kaufen, weil... Ach, jetzt eh verloren. So, wer wollte das zwei Sp... Diesmal machst du's? ich habe ja auch meine 15 Hilfs, ja, Nick? Ja, und? Ich habe hunderte Ping. Pass auf, Christian, Flash. Immer hunderte Ping, du Affe. Lang, lang. Und lower. Langes Bombe, langes Bombe. Einer, zwei, lang durch. Fuck. Baut ist doch scheiße. Baut. Letzter ist auf da. Letzter ist auf A-Spot, oder? Aua. Der hat 30 HP. Ja. Der ist Rampe. 30 HP. Er hat gesehen, wie ich runtergesprungen bin. Ja. Einer hat alle angehittet. Ich muss trillen, die MP, was ist denn, was ist denn, MP9, die gibt echte Headshots, ey. Die Echte Headshots. Alle Legend. Was denn? Ja, echter halt. Nee, der gibt, gerade in der Luft, alter. In der Luft kriegt der Lower Tunnel 2, direkt. Aber. Ich smoke. Denke Seite, T-Spawn. Ja, ist klar, ey. B, komm. Da komm A, B. Das kannst du mir nicht erzählen. Danke. Kann Judo lang ausgehen. Doch, einer da. Was? Lang ist nix. Ja, ich weiß. Ich bin ja weggegangen. Ich hatte nur Verbindungsprobleme wieder. Mitte. Alka? Ja. Hilfe. Mitte, double los. Bumble down. Bumble down. Mitte. Bitte low. Mitte richtig low. Alter, wie der ist ein Check, der Idiot. Auch noch 7 HP. Wo ist die Arme? Alter, Tino, du hast mir gerade so den Arsch gerettet. Mit der Scout gerade war auf dem Platz. Ja, auf jeden. Ich habe meinen letzten Schuss abgegeben, war am Nachladen. Der hätte mich so weggefickt. Ja, ich habe drei Leuten 70 damage gegeben mit dem Scheißding. Der ist in der Mitte, den ich gecheckt habe. Ich stehe hinter dem, knall den ab und der reagiert nicht. Das hat mich auch gewundert. Hast du das gesehen? Wieder smoken auf jeden Fall. Christian, stell dich nicht so offensiv hin. Oh, nee. Ich smoke. Ja. Noch einer Mitte wird gepusht. Mitte wird gepusht. Oder da, ja. Mitte wird gepusht? Ja, Mitte smoke jetzt. Ja, dann hilf ihm. Ich bleib auf B. Daniel, guck mal auf lang. Kater ist unten gegangen. Nein, Mitte, 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 kommt. Ist er checkt. Nice. Wir haben immer nicht geklaut, ihr Ficker. Good job. Okay, darfste. Für deinen vierten Kill, darfst du. Weiter so. Also, jetzt haben sie aber Eco gemacht, ne? Also, einer wird die da Ava haben, auf jeden Fall. Ja. Gucken, und die auf euch schießen? Ne. Ach, scheiß, ich hab vergessen, Granaten zu kochen. Ist egal, ich hab, ich hab. Bein und das Geld. Lang, 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 Lang. Christian, ich verschieb schon mal. Ja, ich warte noch hier ein bisschen. Einer am Pit, zwei am Pit. Kurz gesmoked. Ich hab Glück, der gesmoked. War das von uns? Okay, gut. Damit ich nicht von hinten einen kriege. Bin kurz. Bin mit CT. Scout. Alka, Alka, stell dich verdeckt. Ich komm auch. Läuft einer zurück, einer ist durch. Einer ran. Nice, Alka. Sauber. Junge, hier HG Header, ey. Ich muss pissen, wie eine sibirische Bergzieche. Ohne Witz, ey. Du musst jetzt leider hochziehen. Damage taken von Alcatraz, 8, 8, 10. Ja, ich hab nur einfach ein bisschen da reinges... Hä, wie kann ich sagen? Ne, das war eine Runde davor, glaub ich. Aber der einzigste, der Damage gemacht hat, wo ich vier Leute gekettet habe, du. Ah ja, ich hab einfach durch Smock geschossen. Hast du noch Smock? Ja. Alang, Alang. Sind von drei Leute, oder Alang oder Akkurs? Geh schon mal rüber, geh schon mal rüber, geh schon mal rüber. Akkurs ist tot, weggesmoked. Akkurs, einer durch. Einer oder alle? Einer, einer. Kann, Judo, ich hab kurz, guck lang, bitte. Ah, scheiße. Einer ist auf... Aber Tunnel geht runter, glaub ich, lower. Bleib da, bleib da, Frise. Bomme kommt auf B geflogen. Äh, ne. Christian, geh mal B zurück. Ah, Mitte. Habe ich mir gedacht. Der hat Full-Flasht. Hm. Nice. Eie, ja, was mach ich denn da? Puste. Kurz. Einer. Das ist schlecht. Noch einer. Kutz, Dino, kutz. Mist, komm, jetzt einer. Einer kann das umbelaufen. Zwei. Oh, fu... Bock, komm mit B. Geh drauf. Ja, ich krieg gleich von hinten. Du musst mich hinten decken, Yannick. Hm. Hier sucht was rum. Ja, das war Yannick. Das ist Yannick hinter dir. Der hat Tür. Ach, lol, lol. Der ist schon drauf. Der ist aufgeschlichen. Nice. Hat er gut gemacht. Links steht einer. Links ist einer und rechts in der Ecke. Hinter dir. Der steht am Auto wahrscheinlich. Ne. Fenster. Ja, Auto. Versuch dein Auto zu holen. Alter. Weil der andere hat sich nämlich nicht rausgetraut. Der ist rausgeschlicken und hat den anderen dann vorbeilaufen lassen. Ja, ich sag auch nicht, dass der cheatet. Der hat ja nicht mehr Kills als ich, aber... Und kann der einer noch genutzt legen? Ja, ich kann ja alles legen. Kann ja auch einen vier legen. Nee, P90. Alles kann an dir legen, Mann. Ja, das war blöd. Ich hätte auch gar nicht so schnell verschieben sollen. Ich wollte ne P90. Ja, hab ich nicht. Oh. Autosniper. Ah, klar. Die haben nicht geliehen, Lester. Nehmen die das nicht gerne an. Ach, scheiße. Kurz hat kurz geguckt, ist weg. Lang höre ich Steps. Kurz guckt immer mal wieder. Boom, bitch. Ähm, einer noch dräume. Ach, warum ist denn der mit der AWP? Warum ist das nicht der mit der Autosniper? Der geht mit zwei, drei Mitte, drei Mitte. Könnten kurz oder Mitte kommen. Mitte. Granate. Kurz. Ja, kurz. Ah, ja nicht. Die Geister, die ich rief, ne? Hm? Er schießt den Spruch nicht, oder? Ne. Erkläre ich gleich. Oh, lol. Deh, ach, diese scheiß braune Maske. Der ist ja schön unentschieden. Ich hab nie mehr. Siehst du so spät, wenn er dahinter der Kiste steht, ja? Wer will, ja? Ähm, hier ist der M4. Brauch einer was, waffentechnisch? Ja, ja, ne. Nein. Danke. Ja, dein Leben, du Arsch. Äh, du hast kurz, ne? Ja. Okay. Noch. Ja, zweimal durch die Woll hat er mich gebankt. Er steht immer noch Terror Spawn, Alter. Was ist denn was? Er bankt mich zweimal, weil wir hin und her laufen. Äh, wenn du in der Mitte guckst, Christian, guck so, dass du nur kurz siehst. Ja, ich stehe hier scheiße. Ne, Christian, ich stehe gut da. Ne, ich stehe scheiße. Das stimmt. Ja. Dann guck doch direkt auf kurz von da. Yannick deckt dich doch noch lang. Ja, wenn er eine A bekommt, aber nichts. Ja, dann stelle ich hinter die Kiste. Ja, so. Also ein bisschen weiter noch. Ich habe Steps gehört im Tunnel. Tunnel kommt vor. Ja, wird B, wird B. Beilt euch jetzt. Noch eine. Sicher? Ja, ja, ohne B. Ja, ja, ja. Bomben printet jetzt. Ah, so die A, Leute. Ich dachte, das aufsinkt. Wie gesagt wird B. Christian, stirb. Links. Nice. 2 und 2, Jungs. Warte, warte, bis Freezing. Oh. Nice. Ja, Tunnel. Defuse, defuse durch. Hüge dich dabei. Hat er. Ja, Minus. Egal. Egal. Schön. Schön. Konnte der dich nicht sehen? Der kann die nicht sehen, nee. Er hätte, wenn er clever ist, durchgeschossen. Aber so clever war er offensichtlich nicht. Also, ich habe ihn gesehen. Er hat aus Städten geschossen. Ja, er hat dich getroffen. Nein, ich meine, Janik meinte beim... Christian, du müsstest, äh, Smoke kaufen. Ja, habe ich. Das Gute ist, auf der Entfernung hast du es auch oft, dass die Leute nicht hören, dass man defused. Ah, zwei AWPs. Lang, nicht mehr glücklich. Kurz hat kurz geguckt. AWP steht immer noch am... Lang, 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 lang. Von B nach Mitte verschieben, bitte. Einer. Jo, bin da. Und nicht gucken, lass. Immer noch AWP für sie. Lang, aber ganz viel auf B. Mittel, höre ich, glaube ich, auch was. Oh, das gibt's nicht. Janik, wo? Lang, lang, wenn ich jetzt weggekomme. Ja. Oh, Smoke perfekt, Alter. Lang, einer durch, auf A drauf. Ich verschiebe. Ich sag die ganze Zeit lang, und ihr hängt immer drauf B. Ihr wart schon mit drei Mann bei A. Fast. Ja, und die kommt zu fünf. Den habe ich, glaube ich, angehittert. Den fass ist Blut hinter ihm gewesen. Lang ist wer von uns, ne? Ja. Wie sie regelt. On-Spot. Kurz, einer down. Nein, ich treffe ihn nicht. Scheiße. Rampe. Quatsch. Das ist schwierig. GG. Good job, guys. Good game. Chroma-Kiste. BAM. Halt zum Maul, Alter. Nice Team. Fickt euch, ihr habt doch eh ne Lobby gemacht, ey. Ich weiß nicht, ich glaube aber, dass das gar nicht so ironisch gemeint war von dem. Die haben, waren doch auch eben eigentlich, jetzt keine rumgeflame oder so. Nee. Nee. Also, die Chilien haben wir auf jeden Fall nicht, aber... Nee, haben die nüsst, das nicht. Guck mal, die haben alle weniger Kills als ich, also... Gut, Leute, damit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Folge von Counter-Strike Go. Ja, nützt ja nix. Haut rein. Haut rein, ihr Arsch. Ciao. Tschüss.